Guck mal da, da ist blau und wo blau ist, ist Meer und wo Meer ist, ist Strand. Doch am Strand, da steht Golf von Mexiko. Na, ich glaube, Niedersachsen ist doch anderswo. Guck mal da, da ist grün und wo grün ist, ist Gras und wo Gras ist, ist Vieh. Und da grasen dann die friesischen Kühe, wenn ich nur wüsst, wieso steht da Sibirien? Guck mal da, da ist gelb und wo gelb ist, ist Sand und wo Sand ist, ist Heide. Wieso steht denn Sahara ganz mittendurch unsere wunderschöne Heide da bei Lüneburg? Ja, wenn man Heimweg riecht, ja, dann sucht man mit dem Finger auf dem Globus, wo wohl Niedersachsen liegt. Guck mal da, da ist ein Strich und ein Strich, ist ein Strom, ist ein Strom wie zu Haus, wie System. Guck mal da, da steht da Kongo, Anstatt, Elbe. Ist Kongo neben Fluss oder ist Kongo ganz dasselbe? Guck mal da, da ist braun und wo braun ist, ist Berg und wo Berg ist, ist Brocken. Und da steht die Zahl 8000 dran, dann ist klar, dass das nur unser Brocken sein kann. Guck mal da, dieser Punkt und so'n Punkt ist Tat und wo's Tat ist, ist Hannover. Wieso steht da Nefjörg? Ne, das ist doch verkehrt. Wer hat je was von Nefjörg gehört? Ja, wenn man Heimweg riecht, ja, dann sucht man mit dem Finger auf dem Globus, wo wohl Niedersachsen liegt. Wenn man Heimweg riecht, wenn man Heimweg riecht, ja, dann sucht man mit dem Finger auf dem Globus, wo wohl Niedersachsen liegt. Guck mal da, da steht BRD ganz klein, Niedersachsen muss viel größer sein.